Hey und willkommen zu einer weiteren Folge Minocraft Bad Wars, heute in der 8x1 Variante, allerdings nur mit 6, ja mit 6 Leuten und ich bin da. Mein Bett ist aber unfassbar in Gefahr, weil, komm komm komm, ach scheiße, einfach weil der Mate direkt neben mir ist. Ach, Taddle, ey, wie geht's dir? Hä, was macht er denn? Hä? Okay, warum auch nicht, ne? Tja, dann töte ich dich jetzt, eh, sie jetzt schmeckt. Oh, natürlich, mein Bett wurde selbstverständlich als allererstes abgebaut. Ist er weg? Ja, er ist, er ist tot. Okay, das tut mir leid. Scheiße, ein Gold, weißt du, ein einziges Gold würde mir jetzt fehlen, um mir einen Bogen zu leisten. Dann kann ich mir aber immerhin eine Plattform holen. So, da werden wir mal starten. Ich komm jetzt, du Kleiderfratz, du. Pass mal auf, ich bin gleich da. Alter, was geht denn da ab? Ach, die bauen sich ja. Okay, das ist fertig, kaputt. So. Hab ich ein bisschen Gold. Kann jetzt so zu denen rüber. Einfach mal wegracken. Der sieht mich nicht kommen. Das war knapp. Ich wollte nicht springen, damit ich... Ja! Nicht, äh, irgendwelche Geräusche mache oder so. Oh, fuck, da hab ich erst mal den Chat geöffnet. Nice. Na? Alter, was hast du denn gehabt? Alter, Falter. Das war ja mal richtig crazy, was der Typ gemacht hat. Der wird mich einfach wegracken. Habt ihr das gesehen? Hey da. Ne, das ist schon mal mein Eisen. Und dann geh ich mal hier hin. Und töte dich. Viel Spaß noch, ne? Viel Spaß. Ui, 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 ich komm. Ich bin gleich da. Oh, da ist einer runtergeplumst. Hey. Hey, na? Oh nein, wenn er sich umdreht. Dann kann er mich runterkicken. Hat er aber nicht geschafft. Haha. Da ist aber einer mit nem Bogen. Ist the problem of life. Lol. Das war... Bisschen erbärmlich, der Versuch, ne? Tschüss. So, der ist down. Jetzt hol ich mir den noch. Das ist doch... Ach, der grüne ist gar nicht mehr da. Hä? Pink, da hinten. Ah ja. Okay. Ja, obwohl, ne, weißt du was? Ich bleib mal ein bisschen in der Mitte, ne? Ich bleib mal ein bisschen hier. Wenn du meinst, mich anballern zu müssen. Dann mach das mal ruhig. Ich sehe dich. Hat der noch ein Eisenschwert? Ach, selbst wenn. Ich kann den einfach runterkicken. Ah, da ist er. Oh, er ist da. Hä? Ich hab's aber gar nicht gerallt. Na egal. Er ist tot. Wie schnell war der denn jetzt hier drüben? What the fuck? Das hab ich jetzt nicht so geschnallt, Alter. Oh. Oh. Ja, bringt ja nicht viel, ne? Einer. Tja. Und? Ah, er fliegt einfach nicht runter. Okay. Kannst du ruhig machen. Kannst du auch bitte mal fliehen. Alter, der fliegt einfach nicht, der Typ. So, warte. Du spawnst jetzt und jetzt kannst du fliegen. Genau. So, hab ich da ne Rüstung und so. Bauen wir das hier zu. Tschüss. So, jetzt baue ich ab. Jetzt geht's mir wieder gut. Kurz das abbauen. Hey, na? Hey, na? Tschüss, bis dann. Hi. Da hab ich's einfach noch geschafft. Oh, Mann. Das war ja easy. Easy war das. So. Diesmal mit sogar noch weniger Spielern. Mal schauen, was hier abgehen wird. Ich werde euch gleich vernichten. Habt keine Angst. Ich werde mich auf euch stützen und eure Gedäume ausheizen. Das war doch gar nicht. So, nehmen wir das mit. Und dann gehe ich erstmal ne Runde schoppen. So. Ja. Alter, war das knapp. Und mein Bett wurde abgebaut. Warum denn meins? Okay, den hab ich schon mal. Oh. Oh. Er ist rüber geflogen. Äh. Nice. Oh. Nice Hack. Okay. Gut. Das, äh, finde ich schon mal super nett. Vor allem, dass der Hacker genau auf mich geht. Finde ich natürlich geil. Ach, guck mal, da fliegt er. Nice. Der hat gleich einfach keinen Zugang mehr zu Gomme. Warte mal. Nick. Viel Spaß. Einer? Bist du auch so ein Hacker, der direkt... Oh, okay. Doch nicht. Der mich direkt one-hated, wollte ich jetzt sagen. Aber scheinbar nicht. Und scheinbar hatte der sein Hack auch nicht wirklich unter Kontrolle. Das sah komisch aus. Ja, scheiße. Wie komm ich jetzt bitte back? Das ist ein bisschen kritisch gerade. Sorry. Hä? Häckst du auch? Hä? Hä? Wusste das nicht? Hä? Hä? Was denn? Stimmt! Hä? Bin ich denn dumm? Der Schwarze war ja auch hier. Also, soweit ich das richtig gesehen habe. Ich liebe, aber bitte nicht reporten. Äh. Ihr verliert gleich beide den Account. Alter, das ist doch nicht wahr, ne? Das ist doch nicht wahr. Mir fällt es einfach nicht auf. Einfach zwei Hacker in einer Runde. Das ist schon krass. Wie meinst du das? Wie meinst du das? Oh, Mann. Bitte nicht. Warte mal. Sekunde. Kann mir einer von euch Blöcke bringen? Dann banne ich euch auch nicht. Oh, Mann. Oh, Gott, Alter. Warum bist du denn hier? Geh. Okay. Okay. Nice. Schade. Hat nicht geklappt. Aber wie er einfach weiterhackt. Und er schreibt, sorry. Oh, Mann. Sau lustig. So lächerlich. Aber krass. Also ich habe ja schon erlebt, dass es ein Hacker gibt. Aber direkt zwei. Das ist schon ein kleiner Rekord für mich. Okay. Und zu guter Letzt spiele ich wieder mal in einem Team mit einem anderen Typen. Mit dem Deadshot. Eins, zwei, drei. Und grün ist scheinbar alleine. Aber egal. Wir haben alle Probleme. So. Jetzt nehmen wir die Blöcke. Nimm sie dir und baue dich wie ein Engel in die Mitte. Ja. Ja. Das machen die Engel immer. Die bauen sich einfach in die Mitte. Na, komm. Bisschen was brauen noch, ne? Bisschen brauen noch. Ja, oder baue erst das Bett ein. Nice. Ach, Mann. Geil. Geil. Das liebe ich. Macht Spaß. Macht einfach Spaß, Leute. Macht einfach immer wieder Spaß. Oh, und da bin ich natürlich nicht erster. Ich frag mich nur warum. Hahaha. Ach, Mann. Ist das dumm. Oi. Den hab ich einfach gereckt. Jetzt geh ich zu rot. Oi. Nein. 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 Ach, schade. Da hat er mich doch noch erwischt. Aber kein Problem. Mein Bett ist eingebaut. Wir haben zwar kein Gold oder so, aber mein Bett ist auf jeden Fall in Sicherheit. Ach, scheiße. So ne Scheiße hier wieder, ey. So ne Kacke. So ne Scheiße. Ey. Der einfach nicht in die Mitte baut. Das find ich nicht gut. Oh, er baut sich sogar zum Eisen. Das ist gut. Das kannst du ruhig machen. Das find ich wirklich toll. Ganz toll. Ich glaub aber, keiner von denen hat, äh, Gold mitnehmen können. Weil ich den einen ja getötet habe. Oh, shit. Alter. Was haben wir denn? Was haben wir? Was ist? Oh, nein. Oh, Gott. Ich werd ja weggerackt. Leute. Oh, Gott. Es tut weh. Es tut so weh. Ich geh aber weg. Ist mir egal. Scheiße. Hätt ja klappen können. Hätt klappen können. Aber, ich glaube, da gibt es immer noch keinen einzigen, der Gold hat. Hoff ich. Ah, es kommt noch keiner vorbei. Komm her. Trau dich. Alter, was macht mein Mate die ganze Zeit? Oh, das war... Das war echt traurig. Tut mir leid, dir das sagen zu müssen. Das war echt traurig. So, jetzt kann ich mir endlich ein Schwert holen. Hast du echt toll gemacht. Ich bin so begeistert von dir. Vor allem, wie du da die ganze Zeit rumstehst. Und auf irgendeine Scheiße machst. Ich liebe es. Mach ich weiter. Ah, und das Geile ist, die haben alle einen Bogen. Geh ich mal von aus. Wird mich ein bisschen wundern, wenn nicht. Grün ist wieder so ein halber AFKler. Ah, ey. Nice. Aber ich muss weg. Ich muss unbedingt weg. Hoffentlich hat der jetzt keinen Bogen. Und... Nee, hat er nicht. Ach, guck mal. Da baut er einfach ein bisschen. Das ist schön. Man darf nie vergessen, was Minecraft ist. Ein tolles Bauspiel. Er kommt. So. Ist er schon dran vorbei? Ist er oben? Er ist oben. Oh, ich guck mal. Bau mal das... Nein, baut das Bett ab, Alter. Ach, Mann. Ich wollte gucken, was mein Mate macht. Scheiße. Ich hätte ihn auch ruhig das Bett abbauen lassen. Sollen können. Tupen tun. Einfach damit... Weiß nicht. Ich fände das... Ich hätte das gerade richtig lustig gefunden. Du bist einfach hier mit einem Mate, der nur seine Sachen macht und einbaut. Und dann bringt das einfach gar nichts. Dann bringt das einfach gar nichts. Oh. Ich leg mal ein Schwert da hin. Hoffentlich kriegt das gleich ein Gegner. Das wäre dufte. Hurry. Oh, geil. Einer. Oh, er ist tot. Das ist traurig. Oh, was macht der denn? Einer? Okay. Ich glaube, ich töte jetzt blau. Blau ist eine richtige Nervensäge. Oh, schade. Ich dachte, ich würde den irgendwie vorher noch treffen. Scheiße. Ich glaube, die können mich treffen. Boah, und wie leckt der sich denn rum? Ja. Hä? Was war das denn? Das war... Hä? Hä? Ich hab... Ich hab das gerade gar nicht verstanden, Leute. Oh, lol. Ich hab das gerade gar nicht verstanden, was da passiert ist. Nein. Nein. Oh, Gott. Oh, Gott. Geh doch weg. Ja. Was war das denn? Nein. Oh, Alter, ey. Knockback 5000 hier. Und euer Bett ist weg. Und ich, ich glaube, ich sterb vorher noch. Alter, was hat der für eine... Habt ihr das gesehen, Leute? Das ist ja nicht normal. Was hat der Mensch denn für eine Range? Wie der mich da noch... Noch fünfmal getroffen hat. Krass. Okay. Ich komme. Was macht der denn? Ja, klar. Jetzt kommt der hier rüber. Willst du mich pranken, Junge? Oh, nein. Hätte ich nur einen Bogen. Bin ich gelb? Ja, ich bin gelb. Hallo? Der Shot, ne? Wie geht's dir, der Shot? Alles okay bei dir? Alles... Alles weggeschottet? Ich hoffe, du hast viel Spaß mit deinem Shot im Kopf. Hä? Woran ist der denn jetzt gestorben? Ist einfach... Verreckt. Hä? Der runtergeballert? Ne, dann würdest du da ja stehen. Und gelieft ist er auch nicht. Das wird dann da auch stehen. Ist scheinbar einfach eine Altersschwäche gestorben. Keine Ahnung. Ja. Also ich muss sagen, der Part ist bis zu diesem Zeitpunkt hier schon mal der beste, den ich jemals aufgenommen habe. Alter, ey. Was ist das denn? Ich hab das Gefühl, ich darf nicht nachts spielen. Ich darf es einfach nicht. Ah, zwölf. Okay. Noch ein bisschen warte. Der hat ja noch nicht mal Eisen. Der wird noch nicht mal eine Waffe haben. Ja, ich geh da jetzt einfach rüber. So. Ich geh mal rüber, ne? Und gewinn. Bau du ruhig weiter ein. Ist richtig sinnvoll noch. Hoi. Ich hüpfe. Okay. Dann werfe ich mich da jetzt episch gegen. Also die Frage, wie macht man das, ne? Das war knapp. Er hat noch nicht mal Rüstung. Alter. Was ist das denn für eine Runde? Hey. Mann. Ein Erlebnis für die ganze Familie. Ach du Scheiße, ey. Das war toll. Es war einfach toll. Ich nehm nie mehr Badwars auf. Ja. Gut. Hast toll gespielt. Der hat schon super geil, mate. Dann bewerte den Part. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Bis dahin. Wow. Wow.